Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Amsel, der Überlebende von Orgister ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Sins. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen...